Die Zeit vor Weihnachten ist ja eine Zeit, in der man so viele schöne Dinge machen kann. Plätzchen backen mit Freunden, Adventsing und auch eine Zeit, in der man das Jahr Revue passieren lässt und auch schon nach vorne blickt. Und da schauen wir jungen Liberalen vor allem auf die Europawahl im nächsten Jahr. Wir wollen, dass Europa zum Chancenkontinent wird für junge Menschen und das ist beim Plätzchen backen auch schon dabei. Und ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Weihnachtszeit.